Wie lange haben wir denn Zeit heute her, Arti? Ich weiß nicht. Ich kann keine Zeit sagen, wie lange ich noch spielen kann oder spielen werde. Achso, bis auf Abruf. Ansonsten, keine Ahnung, wenn du höheren Level bist oder so, ich hol dich ja schnell ein, ich hab ja diese Level-Items. Zwei, drei Instanzen schon bin ich... Also ich mach jetzt, ich hätte jetzt sowieso gesagt, dass ich, mach ja sowieso noch mal Pause, bevor ich dann nachher mit dem Krieger weiterspiele. Also ich wollte jetzt nicht durchzocken, das hab ich ja auch angesagt. Weil, äh, so Essenszeit und Computer ein bisschen abkühlen lassen, bei dem Wetter den Computer so durchballern lassen, weil der Stream haut ja auch noch ein bisschen rein. Ja. Äh, ja. Wie viel Heiler sind wir? Vier. Jetzt bist du D-D. Ja. Aber als Disti kannst du dich auch als D-D anmelden. Ich könnte höchstens Eulenskill machen. Kann ich das eigentlich noch wechseln? Ich glaube nicht, ne? Nein. Auf dem BG kannst du nicht mehr wechseln. Wo gehen wir hin? Ich würde mal sagen Schmiede, oder? Ja. Gut. Ich wollte grad Stall sagen, aber wir sind die falsche Seite. Ja, bis zum Stall können wir auch laufen, ne? Ja. Das ist ein bisschen weich. Ja. jetzt geht erstmal der speedrun auf die erste flagge los also schmiede die erste muschig sprint ist schon da oben sprintet die andere muschi voll unfair die drüben sind schneller aber sie hängt geil aus oder mit meiner roten frise die schmiede ist schon in gewalt von dings hv mir ist noch ein schamane der wie windig ich tapp mal mit vorsichtshalber stay close to me friends leider kann ich noch nicht schleichen du bist auch hier ja zwei heiler ein dd geil jetzt sind wir mit drei ach ja du bist ja nicht als highline markiert wie sieht es denn aus einer schmiede ink ja dann geht los da 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 ja wo hilfe nein geflohen ich kann das nicht ja sorry auch florid ist auch schon wieder hier kein heal gehabt also nichts ja wenn hier aufs schnauze kriegt weil die dd sich nicht darum kümmert kann die dd kann heiler auch nicht heilen ich bin tot ja weil job von dd ist auch schützen sein heiler ne ne ich war weggefroren ich könnte eigentlich mal den signen mal eben aktivieren wo sind denn jetzt sind so viele gerade ja jetzt jetzt kriege ich das maul jetzt wollte ich helfen kommen jetzt gehe ich jetzt muss ich stiften gehen ja bist du da vorne in der ruhe noch ja ich komme mal zum ruf weil ich als heiler eine schmiede kann eh nix ausrichten die kommen gerade alle ich bleib mal unter wasser oh ich bin sogar oh nein bin ich hier anführer oh fuck ich bin auch noch schichtführer hier oh sie kommen warte hallo alter also könnt ihr hier das wichtigste ist eigentlich auch dass man auf den Heiler aufpasst aber passiert hier irgendwie gar nicht weil ohne Heiler können die dds machen was sie wollen ne Arti hm ja wo ist er Arti ich kriege die Arti nicht mehr ins Target wo bist du ja da sind zu viele hier drei Leute dahin ich dottel gerade mal alles zu was geht oah Windgeld naja Windgeld ist tot Belek wo bist du jung lass sie auf keinen Fall und geh doch mal auf den Allianz Heiler Leute was wenn geht's dann etwa nach einer Pause mit dem Cracker weiter ne nach der Pause geht's dann mit dem Krieger ach mit dem Cracker ja mit dem Krieger im Cracker also um 8 geht's mit dem regulären macht mal Gruppe ja ihr könnt die doch hier weg machen hallo ja die haben so viel Heilung hier ne boah es geht das Silence schaust voll ja ja sowas habe ich alles noch nicht ach fuck jetzt ey oh jetzt krieg ich aus dem Maul jetzt krieg ich richtig aus dem Maul also Bewegungseinschränkung wir sind alle Allianz da hä wir sind alle Allianz da am Hof irgendwie ja aber guck mal wie viel Heilung die hier alle kriegen die DDs da muss nochmal was passieren Ich hab keinen Mana mehr. Ich hab so geballert. Ich bin im OM. Das kann doch nicht sein, dass sie die... Ich dotte jetzt die Allianz durch. Kann doch nicht sein, dass die... ...dass wir die hier nicht platt kriegen. Müssen wir als Heiler noch Schaden machen, ja? Wow, 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 wow. Bis später, Cornelius. So. Kenas, jetzt zappen du's da. Ach, macht, was ihr wollt. So, ab zur Schmiede. Ich loot den mal, weil die Vollianten hätte ich gerne. Ab zur Schmiede. Da ist noch ein Jäger im Wasser. Du bist schon in der Schmiede, oder? Ich komm, 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 komm. Oh, da kommt noch ein Heiler. So, der Dicke ist hinter mir hergelaufen. Jetzt stirbt der. Oh, Meier. Oh, hier macht einer Gedanken schinden auf mich. Oh, hier sind's hier. Drei... Hier sind gerade drei Dings, äh... Alice bei mir. Ah! Ja, war wohl nix. Alter, das macht keinen Spaß. Warte, jetzt machen die uns wieder den Hof hier. Ey, wir kommen vom Hof doch gar nicht weg. Aber du machst den meisten Schaden im BG. Darf ich dir was sagen? Du hast den meisten Schaden gemacht. Ey, Muschi, geh mir nicht auf den Sack. Das geht mir der André hier noch auf den Sack. Das hat mir ganz Bock mehr. Jetzt bin ich tot. Bis später, Cornelius. Oh, ja. Ich weiß gar nicht. Heilung. Okay, die Überheilung. Schaden ist hier... Ja. So, wo ist der Rest? Oh, meine Schmiede. Sollen wir da mal hin? Was ist denn? Fluid? Das ist ein Krieger? Jo. Bist du schon oben? Jo. Jo. So, jetzt bin ich oben. Oh, Junge, was kämpfst du denn hier vorne, wenn du halb tot bist? Jetzt flammt er mich wahrscheinlich gleich, weil ich an ihm vorbeigelaufen bin. Oh, 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 ich bin Bewegung zu fähig. Fug. Lass es dir schmecken. Alter, hier sind so viele Alis, ne? Ich gehe gleich auf. Ganz ehrlich. Ich bin ja keine Euler. Vielleicht wird es Zeit, auf Euler zu gehen. Lass es dir schmecken. Oh, Krieger. Geh mir nicht auf ein Eier. Ich bin ja nicht auf ein Eier. Ich glaube, ich mache doch lieber die Idee. So, du kleiner Schurker. Und, und, und down ist er. Oh, jetzt greifen die schon wieder den Hof an. Wo treibst du dich gerade rum? Ich bin mal auf Stelle. Ich bin dort zweit grad. Er ist dritt. Auf Stelle bist du? Jetzt läuft gerade hinter dem einen Schamanen her, der gerade schmiede geht. Und, und, und. Da ist der nächste Die Allianz hat gewonnen Haben wir eigentlich schon ein BG gewonnen? Nope Ja